Ein Vertragsstaat sagt, das Ergebnis interessiert mich nicht, auch das Verfahren interessiert mich nicht. Egal was dabei rauskommt, ich lege ein Veto an. Wir können nicht Geld und unsere Werte gegeneinander ausspielen. Es ist eine schreckliche parlamentarische Demokratie. Die Kulisse ist demokratisch, aber die Schauspieler sind keine Demokraten. Es ist eine Ein-Mann-Demokratie. Hier geht es um die Basis unseres Europas, unserer Staaten, unserer Demokratie. Das Erschreckende ist, dass die Europäer nichts unternommen haben. Nichts. Es macht einem einfach Angst. Man wird Leute wie Viktor Orbán nicht stoppen mit guten Worten. Es werden lauter Viktor Orbáns in der EU heranwachsen. Das dürfen wir niemals zulasten. Niemals. Die Kräte. Die Kräte. Die Kräte.